Willkommen bei unserer Montagsandacht oder auch Wochenandacht. Heute wollen wir mal darüber lesen, wie unsere Zweifel besiegt werden können. Ich lese dazu Johannes 20, Vers 27. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hände her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas zweifelte, als ihm seine Mitjünger erzählten, dass sie den auferstandenen Jesus gesehen hätten. Er sagte ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in sie lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Das war zumindest ehrlich. Was hätte es genützt, wenn Thomas nach außen hin Glauben bezeugt, aber bei sich selbst das Gegenteil gedacht hätte? Dann wäre er ein Scheinheiliger gewesen. Deshalb lieber ein aufrichtiger Zweifler sein als ein frommer Heuchler. Denn Gott lässt es dem Aufrichtigen gelingen, aber nicht dem Unaufrichtigen. Darum folge niemals Lehrern, die dich zur Heuchelei bewegen wollen. Wenn sie behaupten, dass man vor Gott nicht sagen dürfe, wenn man sich krank, schwach oder elend fühlt, weil das Unglaube sei, sondern man immer bekennen solle, dass man sich gut und geheilt fühle, auch wenn das gar nicht der Fall ist, dann laufe davon so schnell du kannst. Ein christlicher Bruder berichtete, Dann füchte der Bruder ganz verzagt in seinem Bericht die Worte hinzu, Aber ich war doch gar nicht geheilt. Unser himmlischer Vater erwartet niemals, dass wir durch sogenanntes Positives Aussprechen oder Bekennen unsere wirkliche Not kaschieren, sondern er will, dass wir sie ihm so sagen, wie sie ist. Darum heißt es, schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuversicht. An anderer Stelle lesen wir, Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. Und wenn dich Zweifel plagen, lieber Bruder, liebe Glaubensschwester, dann beschönige diese nicht, sondern rufe, hilf meinem Unglauben. Und der Herr wird dir helfen, wie er dem Thomas geholfen hat. Denn alsbald begegnete ihm der Herr mit den Worten aus unserem heutigen Andachtstext, sodass der Jünger rief, Mein Herr und mein Gott. Jesus nahm ihm so sehr seine Zweifel, dass er später, wie die Geschichte berichtet, ein großer Apostel in Indien wurde und dort sogar als Märtyrer für seinen Herrn in den Tod ging. Verbiege dich also nicht, sondern bekenne dem Herrn aufrichtig, was dich quält. Du darfst ganz ehrlich sein vor deinem Gott und er wird dich zu einem Helden des Glaubens machen. Davon bin ich fest überzeugt, weil die Bibel es uns sagt und sie es aus Thomas gemacht hat. Der Herr sei mit dir, segne dich und behüte dich. Bis zur nächsten Woche.